Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute, ich weiß nicht, ob das letzte Mal, aber zumindest fangen wir nächstes Mal an mit was Komplexerem. Heute geht es allerdings nochmal ein bisschen an die entspannte Variante und zwar an die großen Operatoren. Hier kommt an sich nichts Neues dazu, sondern nur eine neue Schreibweise für eigentlich altbekannte Dinge, nämlich Plus, Minus, Mal und Geteilt. Hier sieht es nicht so dramatisch. Allerdings erspart uns das sehr, sehr viel Schreibarbeit bzw. macht manche Sachen überhaupt erst eindeutig, die davor vielleicht gar nicht so eindeutig waren. Und die Rede ist hier vom Summenzeichen und von dem Produktzeichen. Das heißt, was wir hier machen können, ist zum Beispiel ein großes, naja, eh ähnliches Teilschreiben wie hier, um abzukürzen, dass wir eigentlich sagen wollen, einen ganzen Haufen Plus. Und diese Schreibweise verwirrt am Anfang kolossal, weil sie einfach ungewohnt ist. Aber im Endeffekt ersetzt das einfach nur die Schreibweise von Plus. Das heißt, ich kann hier schreiben, x1, plus x2, plus x3, plus x4 und so weiter und so fort. Und ich werde nicht mehr fertig, weil ich erst bei unendlich aufhöre. Ich kann auch ganz einfach schreiben, i gleich 1, 2, 3, Punkt, 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 bis unendlich. Oder ich kann schreiben, i Element der natürlichen Zahlen. Das heißt, für jede einzelne natürliche Zahl muss ich hier x1, plus x2, plus x3 und so weiter und so fort aufschreiben. So, das ist jetzt eine sehr interessante Schreibweise für, naja, xe, die ich halt nicht kenne. Ich weiß ja nicht, was genau eigentlich x sein soll. Deswegen auf der rechten Seite ein bisschen was Konkreteres. Und zwar, wir haben eine Menge a gegeben und wir sagen einfach, okay, summier mir mal bitte jedes Element in a auf. Und das kann ich super easy machen, indem ich einfach sage, hey, die Summe über alle i Element a und ich möchte gerne i aufsummieren. Dann haben wir hier 0, weil 0 ist drin, 1, 1 ist drin, 2 und jeweils eben mit einem Plus verknüpft bis hin zu 9 und dann kommt am Ende einfach ein Ergebnis raus. Das ist relativ simpel, kann aber auch ohne diese Menge geschrieben werden. Und ich kann einfach schreiben hier i gleich 0 bis 9, also von 0 bis hin zu 9 über i. So, dann summiere ich quasi jede Zahl auf, die da drin ist. Wir können auch mehrere Bedingungen reinschreiben, also i zum Beispiel gleich 0 und i Element der natürlichen Zahlen bis hin zu i gleich 9. Das könnte ich hier genauso schreiben. Oder i gleich, oder wir machen Halbschritte oder sowas. Können wir alles hier quasi hinschreiben. Mathe ist da jetzt nicht so formell, dass ich das nicht machen kann. Es ist offiziell formell, aber es ist halt schon irgendwie im Vergleich zu Code relativ informell. Weil bei Code muss ich das wirklich fest anlegen. Da könnte zum Beispiel teilweise ein Missverständnis entstehen. Ich meine, hier weiß ich jetzt nicht, muss ich die ganzen Zahlen nur nehmen oder in welchen Schritten gehe ich. Es ist halt nicht unbedingt eindeutig. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Okay, und wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel ein Minus haben möchte, dann kann ich hier auch einfach schreiben, Hey, mach mal hier bitte i Element a, aber nicht über i, sondern über Minus i. Und was dann passiert ist, ich habe Minus 0 plus Minus 1, was im Endeffekt Minus 1 ergibt. Weil Plus und Minus, naja, ist Minus. Und ich kann dann einfach weitermachen mit Plus Minus 2, also Minus 2, Plus Minus 3, Plus Minus 4 und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich halt einfach das Ganze als Differenz und nicht mehr als Summe. Dadurch brauche ich kein Differenzzeichen, sondern kann einfach mein Summenzeichen mitnehmen. Das ist hier im Endeffekt meine Schreibersparnis dabei. Selbstverständlich kann ich auch mein Minus ausklammern aus der Summe und kann es hier einfach vorne dran schreiben. Und habe dann genauso ein einfach Minus und dann wird alles aufsummiert und dann mache ich halt alles negativ. Das ist genau dasselbe. So, das heißt, ich klammer im Endeffekt Minus 1 dann aus und mache das dann vorne dran. Also alles in allem ein sehr flexibles Teil und erspart mir sehr, sehr viel Schreibarbeit, weil ich hier einfach das alles nicht machen muss. Okay, jetzt können wir hier allerdings auch genauso sagen, ey, mach mal hier bitte nicht nur Summe über i oder Summe über Minus i, sondern ich kann genauso gut sagen, mach mal Summe aus 2 hoch i oder i hoch 2. Ich kann die also so kombinieren, wie ich das möchte. Und im Endeffekt ist das fast schon eine Vorschleife im Programmieren. Da können die, die jetzt ein bisschen programmieren können, können sich gerne einfach mal austoben. Das ist wirklich kein so großes Drama, das hier reinzuschreiben. Ihr könnt einfach eine Summenzeichen-Funktion schreiben in Python, wenn ihr dazu Lust habt. Machen wir jetzt hier bewusst nicht, weil es echt nicht so kompliziert ist. Ähnlich nicht kompliziert ist das Produktzeichen. Das sieht aus wie ein großes N und macht etwas, was ich mit dem Summenzeichen einfach nicht darstellen kann, nämlich mal, ja. Allerdings macht es natürlich das Ganze auch sehr, sehr effizient und ein Geteiltdurchzeichen gibt es auch nicht. Es gibt nur noch das Produktzeichen. Denn ja, im Endeffekt habe ich hier auch wieder alles, was ich machen möchte. Ich sage hier i gleich 1, 2, 3 und so weiter und so fort bis hinzu und endlich über x i, wobei ich x in dem Fall nicht definiert habe. Oder ich sage, i soll bitte Element der natürlichen Zahlen sein und über x i laufen. Und damit haben wir x1 mal x2 und so weiter und so fort. Und damit habe ich auch wieder meine Schreibweise sehr stark verkürzt, beziehungsweise auch einfach konkreter formuliert, weil hier weiß ich einfach nicht, wo ist eigentlich Ende. So, hier, wo höre ich denn auf? Und hier weiß ich, aha, i in den natürlichen Zahlen. Das heißt, eigentlich ist es jede mögliche ganze Zahl. Cool. Alternativ kann ich hier drüben auch mit dem Produktzeichen natürlich wieder über eine Menge drüber iterieren. Das heißt, ich sage einfach, für alle i, die in a drin liegen, machen wir hier Produkt aus i. Ich habe hier übrigens absichtlich die 0 rausgelassen, sonst wäre das Ergebnis relativ langweilig. Und sage dann im Endeffekt, i ist gleich 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal und so weiter und so fort. Und am Ende kommt irgendwie hier eine relativ große Zahl raus. Das ist nur als Beispiel gedacht. Ist aber im Endeffekt genau dasselbe, wie wenn ich hier schreibe, i ist gleich 9 bis 1 runter oder i ist gleich 1 bis 9 hoch. Weil ich kann die ja alle vertauschen. Ist völlig egal, ob ich mit der 9 anfange oder ob ich mit der 1 anfange. Ob ich jetzt hier das hinschreibe, das bleibt mir völlig überlassen. Ob ich das oben hinschreibe, unten hinschreibe, da sind eigentlich alle Schreibweisen irgendwie vertreten. Es kann sein, dass ihr manche Schreibweisen bei euch in der Uni nicht so häufig seht oder noch nie gesehen habt. Das ist völlig fein. Wir werden wahrscheinlich meistens, zumindest wenn es möglich ist, diese Schreibweise hier benutzen oder diese Schreibweise, wenn wir Element haben. Und in diesem speziellen Fall haben wir übrigens gerade die Fakultät aus Versehen definiert. Das ist dieses 9 Ausrufezeichen, was im Endeffekt so viel bedeutet wie mach mal Multiplikation von 9 mal 8 mal 7 mal 6 und so weiter bis eben hin zu 1. Was im Endeffekt genau dieses i gleich 1 bis 9 ist. Oder eben i gleich 1 bis zu meinem n hier oben, falls wir die Fakultät parametrisieren wollen. Genau, und das ist die Funktionalität von großen Operatoren. Jetzt eine Frage an euch, die dürft ihr mir gerne schon mal in die Kommentare schreiben. Warum brauchen wir eigentlich kein Geteilt-Durchzeichen? Kein, ja, das brauchen wir im Endeffekt auch nicht. Pausiert mich kurz und jetzt kriegt ihr die Antwort. Naja, ich kann ja hier hinten alles hinschreiben, was ich möchte. Und wenn ich jetzt ein Geteilt-Durchzeichen haben möchte, dann kann ich einfach schreiben 1 durch das Produkt von diesem Ding hier. Oder ich kann schreiben mal 1 durch i. Das kann ich genauso schreiben. Und dann mache ich im Endeffekt nichts anderes als, okay, mal 1 durch 1, gut, das ist 1, mal 1 durch 2, was ein Halb wäre, mal 1 durch 3, also ein Drittel, mal 1 durch 4 und so weiter und so fort. Und dadurch wird meine Zahl immer und immer, immer kleiner. Und ja, dadurch kann ich mir ein Geteilt-Durchzeichen einfach sparen. Und das ist super. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.